this day planner contains entries for day to day events and appointments the last entry stated five years ago dafür ist hier ziemlich wenig staub mein schatz dieser tagesplaner enthält einträge für von tag zu tag für irgendwelche termine der letzte eintrag ist von vor fünf jahren kommen jetzt hoch da willst du rein na gut dann mal daran zu den gruseligen neidereien sachen ich wollte erst noch mal so kommen die alle ausgehauen according to the clock today's date is september 21st i can't believe that i've been on the water for more than five weeks now ja das kann ich mir auch nicht vorstellen aber wenn man dieser uhr dem glauben schenkt die nur die zeit anzeigt und kein datum dann ist sollte der 21 september ich kann nicht glauben dass ich fünf mehr als fünf wochen im wasser war da kann es mal sehen wahrscheinlich ist er einfach gestorben und weiß nicht in der hölle für irgendwas was er mal getan hat keine ahnung dieses uniforms look ancient seems like little children once lift here diese uniform sehen urtumlich aussieht so aus als wären hätten hier mal kleine kinder gewohnt everything looks well maintained is someone still living here alles sieht gut gepflegt aus es lebt jemand noch hier ja das ist möglich außer der teppich der ist ein bisschen tief oder so eine gut situierte familie sie sehen sehr reich aus wir machen jetzt hin also werden was neues ist das book looks like part of a series on a 17th century american history salem massachusetts place in american history dieses buch sieht aus als wäre es teil einer serie aus dem 17 jahrhundert amerikanische geschichte und hier ist noch mal hoch you have 88 new messages playing message from five years ago jacob this is my final reminder about the upcoming board meeting a ceo and chairman on the board you are responsible to answer the charges leveled against you the meeting will discuss how you squandered company funds on gambling you have not attended a single meeting for months and the board will also decide your future as chairman please respond this is your company and it faces huge problems ok eine nachricht auf dem anrufbeantworter von vor fünf jahren hat der anrufbeantworter gesagt jacob das ist meine meine letzte nachricht an dich für das baldige meeting board meeting wenn ich als als geschäftsführer und weil nicht chairman vorstandsmitglied oder sowas des orts bist du bist du verantwortlich du bist du verantwortlich dafür die strafen die gegen dich erhoben wurden zu beantworten so ähnlich so vom sinn hier ist irgendwie verständlich in dem meeting werden wir darüber diskutieren wie du das geld der firma in spielen verloren hast sozusagen du bist zu seit monaten nicht zu einem einzigen meeting gekommen ich denke board könnte vorstand sein und der vorstand nehmen wir jetzt einfach so wird auch über deine zukunft als äh mitglied entscheiden als stuhlmann bitte antworte das ist deine firma und es kommen große probleme auf uns zu aber es hat das jetzt mit hexen zu tun das ist ja ein toller tisch so hätte ich auch gern die ganzen gesichter hier sind einfach weg und das ist sehr befährt wie im flur ist auch schön das ist ja hübsch hier okay wir fangen mal dahinten an pages and pages of the head of household's diary entries it looks like he suddenly shifted gears and focused on gambling above all the all else and then he begins focusing on his family history and generology name is jacob board aha der jacob ich musste husten seiten an seiten vom kopf dieses haushalts mit tagebuch einträgen es sieht so aus als hätte er plötzlich shifted gears wahrscheinlich seine seine prioritäten ändert sowas in der richtung und sich aus spielen konzentriert über allem anderen und dann hat er angefangen sich auf seine familien historie zu konzentrieren und genetik vielleicht genetik genetik heißt es aber sowas in logisch gibt sowas ich weiß nicht sein name ist jedenfalls jacob wortwell hat mich aber es hat doch this fireplace has been used a great deal there is a faint sensation of residential heat being given off was dieser dieser kamin wurde sehr oft benutzt glaube ich oder sehr viel there is a finger keine ahnung dieser kann übersetzen ich kenne die wörter die meisten aber ich glaube dass es immer noch irgendwie wärmer abgibt kann das sein? ich glaube das könnte da stehen some of these photos have placards with dates and names they appear to be family photos through multiple generations some of them are quite old okay einige dieser fotos sind mit plakaten und daten versehen und mit namen es scheint so als wären das familien fotos durch von verschiedenen generationen einige davon sind ziemlich alt und on theology 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 jedenfalls mysticism 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 and ancient history Es ist offenbar, dass viele mehr Bücher von diesem Schalb missbrauchen, als jeder von den anderen. Das sehe ich nicht, aber ist okay. Texte der Theologie, Mysterien und voralte Geschichte. Es sieht so aus, als würden hier noch viel mehr Bücher fehlen, als auf irgendeinem anderen. Egal. Volume after volume on topics ranging from finance to probability to investing and even horse racing. Okay, eine Fülle an Überschriften, die sich bewegen zwischen Finanzen zu probability, Wahrscheinlichkeit, zu Investments und sogar Pferderennen. So, Ekla wins Kentucky Derby. Okay, der Ekla hat das Kentucky Derby gewonnen. A painting, äh, defecting, defecting, keine Ahnung, destruction caused by rising waves and storms. Da ist überhaupt keine Zerstörung zu sehen. Wie man sieht auf diesem Bild Zerstörungen, die von Wellen und Stürmen herbeigeführt wurden. Sehe ich nicht so, aber ist okay. A diary next to a photo of an old man must be the previous patron of the family. Most entries discuss a hope for his son Jacob's ability to lead the company he built into prosperity and remove the previously tarnished reputation of the world world family. Mhm. Das hat er ja gut geschafft. Ähm. Tarnished? Vielleicht verstehe ich das Wort auch falsch, aber ich lese es so, wie ich es verstehe. Ähm, ein, äh, ein, äh, ein Tagebuch und ein Foto eines alten Mannes. Das muss der vorherige Patron dieser Familie sein. Ähm, die meisten Eintragungen drehen sich, äh, darum, dass er, äh, drehen sich um die Hoffnung für seinen Sohn. Äh, Jacobs können die Firma zu leiten, äh, die er selbst errichtet hat, äh, und die vorherige, vorherige, ähm, Reputation der World World Familie auszuwischen. Ruf, den Ruf der Familie. So. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich bin jetzt irgendwie ziemlich am rumzappeln. So, weiter. Inchenskinder. Hier gab es aber viel zu sehen. Warum wird so ein Geräusch? Weil wir am Tisch sitzen. Hm. Wir sind in Salem gelandet, oder was? Ja, äh, auf dem Rahmen steht Samuel Warden, äh, 16. Mai 1610 bis zum 22. September 1692 in Salem, Massachusetts. This is the last instrument I want to hear played right now. Geht. Woom? Das ist das letzte Instrument, äh, das ich gerade spielen hören möchte. Ist doch hübsch, dass da oben sieht aus wie Totenkopf ein bisschen. Schöne Vorhänge. Hm. Hier ein Fireplace. This fireplace is ornamental and it's another expression of wealth as it's made of expensive marble with generous golden accents. Okay, dieser, äh, dieser Kamin ist ornamental, ornamental. Ja, genau das. Ähm, und ist ein, ein, äh, äh, weiterer Ausdruck der, äh, des Wohlstandes. Ähm, es ist nämlich gemacht aus, äh, er, er ist gemacht aus teurem, äh, Marmor, und hat ganz viele goldene Verzierungen. ja der tisch sieht auch so aus looks like a family said here every evening sharing dinners sieht so aus ist sehr lustig woran sieht man das denn es sieht so aus als hätte hier eine familie gesessen jeden abend und abend zu abend gegessen das so was übersehen die claire triple crown win that horse must have been a real winner it was kovettet o bett und weiß nicht was kovettet heißt aber erklärt die dreifach krone gewonnen dieses pferd muss ein richtiger gewinner gewesen sein es war jedenfalls mal kovettet ich weiß nicht so dann haben wir noch hier was und da glaube ich noch für meine einzige für meine einzige wahre liebe kathrin von jacob bei ihren bild für mal das ist ja süß ist das hier so ein pudel wie hier das ist das pudel keine ahnung dass die chest it's tightly lockt eine sehr alte und verstaubte kiste also truhe und die ist verschlossen okay weiß schon gar nicht mehr aus welcher richtung wir kamen kann mir von da wir sind hier einmal so rumgelaufen und wir bald mal hoch gehen das bestand da gibt es ja noch ein hoch achten okay wir haben kein spiegelbild das musste schlechte muss schlecht sein painting depict zeigt wahrscheinlich aber sag nicht mal so doofe würde man being seduced into a forest by enchanting witch was du dir immer ausdenkst des kunsthändler oder was das meint er dass das bild ein mann zeigt der gerade von einer bezaubernden hexe dazu verführt wird in den forest zu gehen in den wald wie du meinst wenn das so ist dann ist das wo so ein porträt von erklär und jetzt auch kein paar erklären sie sollen lecker sein da hat er so ein stapel gleiche zeitungen bis master bin made to memory it's big derby bin es muss da gemacht worden sein als er das derby gewonnen hat jawohl so wieder was trinken ist auch echt verdammt viel vor hier ist muss man ja mal sagen wo sind eigentlich die ganzen hexen hin eine schöne uhr aber wieso komisch wäre dann noch als wäre dann eine andere uhr drüber geklebt worden vieles viele klaviere haben wir hier und das schöne zimmer ne solche fenster waren da jetzt ist man die fenster an und guckt euch mal den garten an dein auto oder was geben wir die berge es gibt es doch nicht ja jedenfalls ist das nicht das haus dass wir von außen gesehen haben dass man ganz klar der chat looks freshly washed in the island ist okay dieses hemd sieht aus als wäre es frisch gewaschen und gebügelt ohne lampe kaputt das finde ich gar nicht schlimm aber es ist halt ich finde dass das nicht besonders gut zusammengestellt ist irgendwie so das haus an sich in ja aber wie sagt man das dann nicht auch von außen genommen und vielleicht irgendwie ein bisschen mit photoshop bearbeitet oder so piano sonate nummer 8 in c minor jetzt haben mich tatsächlich mal schreck dann verspielt ist okay du bist ein horrorspiel auch schöne heute mal gerade beweisen erinnert mich an landes aber egal ich schon habe dann bei dem so drink it's hard to concentrate er geht doch mal ins bad und neben glas wasser man das hätte ich nicht tun sollen aber bin so ausgelaugt es ist hatte sich zu konzentrieren der dann also was guckst du dich denn auch erst hier oben such doch erst mal die küche oder so wo sind wir jetzt hier das müssen wir jetzt anscheinend nicht noch mal angucken dann gehen wir da hoch auch immer aber oben ist bestimmt die küche cool die haben fahrstuhl hier eingebaut sehr spannend okay das ist ein hinweis dass sie sehr viel gereist sind diese ist das so ein pöller wie in einem museum ich bin ich ehrlich gesagt ich bin nicht überzeugt von im spiel wirklich nicht jetzt auf jeden fall jetzt noch so weit durch spielen ich glaube wir brauchen nicht mehr lang aber ich bin nicht überzeugt es tut mir leid ich bin nicht überzeugt aber es ist trotzdem irgendwie lustig also es gefällt mir irgendwie aber irgendwie wie hinweise darauf dass die familie viel gereist ist diese vasen sehen exotisch und teuer aus das sind ganz viele das hier vor allem ne ach so da redet von denen da unten äh verschiedene pferderenntrophäen dieses pferd hat sich wirklich seine daseinsberechtigung verdient a letter dressed to jacob wardwell by his wife who says that she will return in one week for the rest of her things and to collect the children ja da wissen wir doch jetzt was hier passiert ist dann ergibt das da draußen aber nicht viel sinn aber egal ein brief der an jacob wardwell adressiert ist von seiner frau die sagt dass sie in einer woche zurückkehren wird um die restliche ihre restlichen sachen abzuholen und die kinder da gab es wohl probleme in der familie so was hat doch niemand in seinem zimmer jetzt mal ernst da ist die andere seite das ist doch irgendein museumshaus hier ein wunder dass er das nicht das von außen aufgenommen hat ja porträt auf elever wort war okay das ist ein porträt von ella und eva die haben wir eine wunderhübsche gruppe more evidence of the children they are dusty es gibt noch mehr hinweise auf kinder ja das ist du hast schon einige hinweise auf kinder gekriegt ich glaube du kannst jetzt mit sicherheit sagen hier haben kinder gelebt die sind auf jeden fall staubig die klamotten an den armen und in der mitte der puppe sehen abgetragen aus als wäre sie sehr viel rumgetragen worden die puppe jetzt mal ernsthaft was das für ein typ der komische sachen schließt aus komischen anderen sachen ähm fotos von vor einigen jahrzehnten es sieht so aus als hätte jemand durch die durch den familienhintergrund für nach irgendwas gesucht okay bett it's so tempting but this house and the waves my curiosity so a local rand first super idee du bist kurz vorm abnippeln wie du sagst aber er sagt hey das ist zwar echt verführerisch dieses bädt aber dieses haus das hat meine neugier geweckt ich muss mich hier erst umgucken Ich muss was trinken. Guck mal, ich trinke mal irgendwas. So würde jeder normale Mensch denken. Fast am Verhugern völlig ausgelaugt und völlig fertig, aber hey, ich gucke mich hier erstmal um. Das ist so spannend, dieses Haus. Da ist mir mein Abnippeln völlig egal. Was haben wir da? Ah, those glitches on the ceiling sind das Kratzer an der Decke? Weil jemand versucht hat, sich durch die Decke zu kratzen? Oder was für Schlüsse ziehst du jetzt daraus wieder? Was denn das? Ja gut, ich bin kein Baumensch. Also mein Vater ist zwar Bauingenieur, aber bringt das was, wenn man so Risse so verschließt mit so einer Schnalle? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da lang. Was mit diesem Bett ist das? Gut, das sieht gemütlicher aus. Achso, das ist zum hoch- und runterfahren wahrscheinlich. Das spricht eigentlich dafür, dass hier alte Menschen wohnen, aber ist in Ordnung. Was haben wir da hinten noch? Eine Stickdecke? Hm? Avengers gucken die auch? Nein, nein, nein. Ein A drauf. Jetzt wieder eine Uhr, ein Anzug. Wie kurz aussieht. Okay. Bett. An even better Bett. Ja, sag ich doch. Ein besseres Bett sogar. It's done. This will be my new bedroom for the next few days. Wieso meinst du, dass du so lange hier bleiben musst? Ähm, ja, okay. Auf jeden Fall hat er beschlossen, dass das hier sein Schlafzimmer wird für die nächsten Tage. Das ist auch eine Stickerei, ne? Äh, hier. It's getting late. Ja, viertel vor drei ist schon spät, da hast du recht. Ähm, es wird spät. But I'm in no rush to leave since I doubt anyone is living on this scheduled island. Secluded, secluded island, Entschuldigung. Ähm, es wird spät, aber ich, äh, muss mich nicht beeilen, weil hier sowieso niemand auf dieser Insel lebt. Was? Hier sind auch Risse in den Wänden. Überall sind Risse in den Wänden. Guck mal hier. Wurde hier auch so ein bisschen... ...ausgebessert. Ja, gut, scheint für dieses Haus zu funktionieren. Und hier haben wir wieder so einen Pöller wie von einem Museum. Ja. Nicely tailored tuxedo. Und dann... ...dicht dazu geöffnet. Niemand kommt hier hoch. Ich kann mich nie bewegen mehr. Lauf. Niemand ist hier. Ich verstecke mich besser. Ja. Okay, wo denn? Unterm Bett? Wo willst du dich denn verstecken? Ach, da. Ja. Okay. Versteck dich. Endlich wird's gruselig. Hä? Du kannst auch einfach sagen, hey, tut mir leid, dass ich in dein Haus eingebrochen bin. Soll ich irgendwas machen? Warte ich einfach nur? Hallo? Hä? Wie? Und jetzt soll er ja mal wieder rausgehen, oder was? Ist er weg? Entschuldigung. Wie? 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 Hey! Oh! Jemand hat den Anzug genommen, der einfach nur rausretuschiert wurde. Oh, Handschuhe? Waren die vorher schon da? Ich weiß es nicht. Gut. Ich weiß nicht, wieso er die anderen Bilder nicht so verhindert hat, weil... so seine Stärke ist. Aber das ist okay. Das meine ich. Das ist mir dann lieber, als wenn da ein Auto oder so steht, oder noch ein Haus. Okay, wir gehen ja schon. Wo willst du denn hin? Wieso hat er denn einen Anzug angezogen? Hier wohnt doch keiner, denke ich. Wie da ist jemand hingegangen? Ja gut, dann geh halt runter. Du kannst ja auch rausgehen. Und die zweite Idee. Ich bin besser weggelebt, anstatt nicht zu verstecken. Genau. Du solltest vielleicht lieber verschwinden, anstatt dich zu verstecken. Das ist ja eine super Idee. Wo geht's denn raus? Hier. Tschüss. Der ist auch hier reingegangen. Ja und jetzt? Ah, jetzt kann ich gehen. Hä? Wie sieht draußen so komisch aus. Dank gönness. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber ich würde nicht finden. So sah das Haus nicht aus. Aber er ist froh, dass er da raus ist und er möchte gar nicht wissen, wer da reingekommen ist. jetzt doch wieder dahin ich dachte was pennen kommt man da hinten ist noch ein haus und da ist ein haus genau da gucken und dann gewalt wieder in den wald werden doch wahrscheinlich so geschichtsmäßig werden wir doch eh gleich abgeschlachtet oder beginning to get dark was i will in den haus was so long i wonder if i passed out for a while and didn't notice es wird schon dunkel war ich wirklich so lange in diesem haus ich frage ich frage mich ob ich wirklich ob ich vielleicht irgendwann zwischendurch umächtig geworden bin in dem haus ist jetzt einfach zurück oder wie er hätte drücker fieter gebot maybe i kept it up with some of the phone and two branches mir hier okay versuchte dir zu seinem boot zu kommen vielleicht kann er das ja mit irgendwelchen essen reparieren das klingt nach einem super plan das wird bestimmt weißt du der sucht die ganze zeit musste kurz hüsten also die ganze zeit nach zivilisationen die man dem hilft und dann findet er ein und rett weg wo man dazu nur sagen das ding in about beam back on the water makes me sick the sun was beating on me for days in anna half hat nothing to eat or drink du kannst das wasser trinken das ist ja kein mehr aber okay dass ich wieder auf dieses boot muss macht mich ganz krank ich habe die sonne die die bringt mich um und ich habe nicht zu essen und zu trinken außerdem ist sie gerade nicht besonders so nicht trotzdem ich ja meinung er kann das wasser trinken weil das ist ja süßwasser also und fünf wochen hat er bestimmt nicht nichts getrunken in completely alone for weeks without any resources can make a man go crazy the mind starts turning on itself okay ohne irgendwelche ressourcen auf einem boot zu sein und so lange allein zu sein macht ein ganz verrückt dass der das das ja verrückt halten in wachsen als der waves the waves the high skills guys the way for certain they came crashing down upon me wenn er kinder sens ist die worte was nicht so schnell mensch ebenfalls hat er an einer halle zination gehabt wo die wellen so hoch wie hochhäuser waren und auf ihn drauf auf ihn zugerasst sind sozusagen und als er aufgewachsen ist, vermute ich mal hat er gesagt, was ich nicht lesen konnte, weil es zu schnell war, dass das Wasser ganz ruhig war. Dann kannst du aber was trinken. Kann mein Glück noch schlimmer werden? Es fängt jetzt an zu regnen und ich glaube nicht, dass mein Boot einen Sturm durchsteht. Stell eine Kokosnussschale aus und dann trink auf. So macht man das im Dschungel. Ich bin schon fast wieder da, wo ich angefangen habe. Ja, viel hast du erreicht in der Zeit. Das kann nicht wahr sein. Bin ich vielleicht Fehlerhaft zurückgelaufen? Du weißt schon. Gut, dann gehe ich wieder rein. Okay, ich habe es geschafft. Jetzt steht das so lange da. Warte, ich habe es selbst gleich. Okay. Es wird draußen wirklich sehr kalt. Die Sonne ist so heiß. Aber jetzt wird es auf einmal sehr kalt. So kalt, dass er nicht riskieren kann, dass er erfriert. Wo ist das Zeichen auf einmal da? Ich habe mich noch gar nicht umgeguckt. Und er kann auf jeden Fall keine Erfrierung, sollte er nicht kriegen. Und deswegen geht er lieber rein und er hofft einfach, dass er denn da war, nicht mehr da ist. Super Idee. Super Plan. Der Kuhkopf liegt immer noch da. Es war wirklich sehr dunkel draußen. Ach, schön. Letzi, wenn du noch mal ein Spiel machst, frag mich. Ich mache dir das gerne. Das ist kein Problem. Ich mache dir das mit Gimp und dann, ja, gar kein Thema. Kriegen wir hin, okay? Melde dich einfach bei mir. Tut mir leid, aber was? Oh Gott, ich brauche eine Pause. Ich mache mal eine Pause und bin dann gleich wieder da.